Oben auf der Quadriga liegt ein bisschen Schnee, das ist ja hier mein täglicher Weg zur Arbeit. Immer schön unter der belgischen Flagge durch. Die Kupferfiguren hier sind verschiedene belgische Regionen. Die sitzen hier triumphierend auf diesem Triumphbogen. Der ja die belgische Einheit symbolisiert und wir sind hier im Park Saint-Conteneur, der also zum 50-jährigen Jubiläum errichtet wurde. Gucken wir uns doch mal die Quadriga nochmal von vorne an. Da sieht man schön die Pferde mit ein bisschen Schnee drauf. Jetzt kommt drauf. Okay. Und jetzt kommt man ein bisschen.